Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu Shopping Stars, dem Outlet hier bei Channel 21. Und ich kann Ihnen versprechen, mit Shopping kenne ich mich aus. Ich wurde ja schon mal Shopping Queen des Jahres und ich sage Ihnen, wie man zum ganz kleinen Budget einen ganz großen Look shoppt. Das zeige ich Ihnen heute und hole Ihnen die ganz, ganz großen Shopping Sterne zum kleinen Preis vom Himmel. Und wie das aussieht, schauen wir uns gleich mal an. Einmal aussehen wie eine römische Göttin. Das ist schwierig, nein, das ist ganz, ganz einfach. Bei uns mit unseren Shopping Stars werden Sie wirklich zu einer römischen Film-Diva. Schauen Sie sich das an. Ich finde, es ist wirklich wie so ein, ja, es ist wie so ein Legionärsprint vorne drauf. Stark Gold, ja, damit machen wir jeden Siegeszug und den Sieg, den haben Sie schon längst in der Tasche. Denn für 14 Euro bekommen Sie dieses Shirt nach Hause. Unser Shirt Daria, ja, wir haben es auch in Grau und in Rosa. Und wir sehen es uns jetzt an bei unserer Tatjana. Wow, oder? Ist das nicht ein Funkeln? Da braucht man ja gar keinen Schmuck mehr. Das ist auch unglaublich. Hier oben überall der Druck der Strasssteine. Dann haben wir unten drunter nochmal diesen Trompe-Doeil-Druck. Das ist ja auch immer viel bei Harald Glöckler. Er liebt es zu Hause, auf seinen Tapeten, auf den Teppichen, an den Wänden, überall. Das ist natürlich Prunk, das ist Schloss, das ist König. Das ist einfach natürlich er, weil er möchte einfach, dass Sie ganz, ganz schön sind, dass Sie sich wohlfühlen, dass Sie sich bereichern durch seine Mode. Ja, und die Bestellnummer hier ist die 3620881. Wir haben, wie gesagt, auch noch zwei andere Farben, aber wir sind hier beim Outlet. Wir haben ein Shirt für 14 Euro. Ich weiß ganz genau, wir werden es nicht lange haben. Denn wir können diesen Outlet-Preis nur so lange hier garantieren, wie unser Vorrat und der Bestand natürlich ist. Und ganz ehrlich, wenn ich mir Tatjana anschaue, da weiß ich, das rattert weg ohne Ende. Sie packen das in Ihren Warenkorb, bestellen das zu sich nach Hause, weil Sie wollen einen Teil von Harald Glöckler und wir machen das möglich. Es ist quasi wirklich wie ein Geschenk an Sie. Seien Sie nur bitte schnell. Unser Outlet hier, Shopping Stars, das hat es ja schon im Namen quasi drin. Wir wollen Sie zu den Shopping Stars machen. Ich war Shopping Queen, Sie werden Shopping Star, weil Sie kaufen hier ein Designerteil von Harald Glöckler, von Pompös für wieder 70 Prozent gespart. 70 Prozent, 80 Prozent gespart. Das ist bei uns möglich, bei Shopping Stars und das aber nur, wenn Sie schnell sind. Wir haben nicht mehr alle Größen. Bitte packen Sie es in Ihren Warenkorb und strahlen Sie auch so wirklich geschmückt unglaublich. Also das ist ja wirklich die Quintessenz von Harald Glöckler. Dieses Oberteil und ich finde auch, ich muss es mir selber nochmal anhalten. Schauen Sie sich das mal an. Vorne mit diesem V-Ausschnitt, das macht es uns möglich, dass trotzdem natürlich auch wir noch strahlen. Das ist immer ganz wichtig, dass die Mode nicht uns und unseren Charakter übertüncht. Das hier, das pusht uns einfach. Das gibt Ihnen einen Push und ich gebe Ihnen jetzt auch nochmal einen Push. 14 Euro, da müssen Sie nicht lange nachdenken. Bitte jetzt direkt kaufen. Online oder anrufen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Na Sie auf jeden Fall. Und das mit unserer Long-Tunika Nora. Schauen Sie sich bitte dieses wunderschöne Teil an. Wow, das ist wirklich ein Teil. Das ist Breakfast at Tiffany's. Sehen Sie Audrey Hepburn vor dem Schaufensterregal stehen? Sie können auch Audrey Hepburn sein. Für 18 Euro. Ich flippe aus. Das hat mal 80 Euro gekostet. Diese wunderschöne, ich wollte gerade sagen, Kleid. Es ist doch eigentlich fast ein Kleid, oder? Sie bekommen nicht nur eine Tunika, Sie bekommen ein wunderschönes Kleid. Und schauen Sie sich diesen Strassbesatz an. Opulent. Wir haben hier nicht gespart. Wir haben hier reichlich wirklich geklotzt und nicht gekleckert. Das ist ein Kleid, meine liebe Dame. Das macht aus Ihnen die Königin der Nacht. Es ist ein unglaublich schönes Dress. Es ist leicht ausgestellt. Es ist ein lockerer Stil. Es umspielt schön unsere wunderschöne Figur. Aber ich kann Ihnen sagen, 18 Euro bei dem Kleid, da müssen Sie ganz schnell sein. Wir haben hier bei unseren Shoppingstars die kleinsten Mengen, die kleinsten Preise. Das sehen Sie ja schon mal, 18 Euro. Aber leider auch nicht viele davon. Deswegen, seien Sie schnell. Es gibt keine zweite Chance, das jetzt so hier einzukaufen. Unser Outletpreis geht, solange unser Vorrat natürlich noch da ist. Und ich weiß, der Rattert hier jetzt runter. Zack, da ein Kleid, da ein Kleid, da ein Kleid. Ich sage Ihnen, seien Sie bitte schnell. So eine Tunika mit diesem Straßbesatz. Harald Glöckler steckt da natürlich in jeder Naht, in jeder Pore. Das ist ein Kleid. So wünscht er sich die Frau von heute. Modern, elegant, ja, aber auch als Fashioniste natürlich rausgehen. Und auch ganz, ganz toll übrigens finde ich hier wieder auch, wie der Schmuck dazu eingesetzt wird. Also Sie können damit richtig punkten, meine lieben Damen und Herren. Für 18 Euro. Vielleicht haben Sie damals immer schon gedacht, man, oh, 80 Euro, das ist echt viel. Aber ich hätte dieses Kleid so gerne bei mir zu Hause im Kleiderschrank. Da hätte ich doch dann damit zu dem Event gehen können. Oder aber, Mensch, als ich meinen Mann letztens eingeladen habe zum Hochzeitstag, da hätte ich das auch tragen können. Jetzt können Sie das. Jetzt können Sie diese wunderschöne Tunika kaufen, denn ich mache es möglich. Ich mache es für Sie möglich mit diesem sensationellen Preis. 70% Ersparnis, 80% Ersparnis. So sieht das bei uns aus bei Shoppingstars. Hier regnet es und funkelt es. Sehen Sie unsere Shoppingsterne, die befinden sich hier auf der Tunika. Und wenn Sie die haben möchten, rufe Sie an 0800 21 333 21 und das ist Ihr Kleid. Viel Freude. Ein Rock wie aus Tausend und einer Nacht. Das, das gibt es bei mir bei den Shoppingstars und auch noch von Harald Glöckler und seinem wunderbaren Label Pompös. Es ist wirklich ein Rock, mit dem erobern Sie die Welt. Und ich kann Ihnen sagen, die Welt, die kann man erobern. Und das auch noch für 18 Euro. Mensch, mein Gott, da muss man doch gar nicht lange überlegen. Bei so einem tollen Schmuckmotiv, ja. Das ist wirklich, wir haben hier nicht nur diesen Golddruck. Da haben wir wieder dieses, dieses römische Motiv vorne drauf. Wir haben da auch das passende Shirt dazu. Shirt heißt auch Daria, genau wie der Rock. Schauen Sie gerne bei uns bei Shoppingstars im Internet bei channel21.de, wenn Sie das komplette Kostüm quasi haben möchten. Aber jetzt sind wir erstmal bei Tatjana bei dem Rock. Hier sehen wir es schon wieder. Wie er diese Schmuckmotive gesetzt hat. Er ist einfach ein wahrer Künstler in der, ja, Formung unseres Körpers, ja. Er kennt sich mit dem weiblichen Körper aus. Er war ein ganz großer Fan. Er hat seine Mutter geliebt und wirklich in Andenken an seine Mutter, die, ja, leider eine schwere, tragische Geschichte ja erleben musste. Für sie macht er das, ja. Für sie lebt diese Mode weiter. Und er möchte das mit Ihnen zelebrieren. Er möchte, dass Sie eine tolle, starke Frau sind. Und was ist stark? Natürlich ist das auch dieses Römische. Es hat einfach dieses Goldene, den Luxus. Das zeigt einfach, wir sind eine starke Frau. Wir können uns das hier leisten. Und Sie können es sich leisten, weil wir bei Shoppingstars das Outlet die günstigsten Preise haben ever. Ever, ever, ever. Es ist der kleinste Preis, der kleinste Outlet-Preis und den garantieren wir nur, solange der Vorrat reicht, deswegen nicht nachdenken. Jetzt den Rock einpacken, den Rock Daria, unseren Honor mit dem ornamentalischen Schmuck, Schmuckmotiv. Also das ist nun jetzt wirklich auch schwierig ausformuliert, ja. Aber schwierig ist die Bestellung nicht für Sie, denn Sie schauen einfach bei channel21.de, ja, unter Shoppingstars Rock Daria. Da direkt gucken, welche Größe wir haben ihn noch. In Camelgrau und Rosa, aber leider nicht mehr in allen Farben, beziehungsweise in allen Größen. Es ist natürlich bei 18 Euro, kein Wunder. Waren Sie schon mal im Laden und da war eine Reduzierung auf Dingen drauf, um die Sie immer rumgeschlichen sind. Vielleicht haben Sie früher schon mal den Rock gesehen und haben immer gedacht, ich liebe diesen Rock Daria. Aber 69,99 Euro kann ich mir nicht leisten. Ich kann das sehr gut verstehen. Deswegen bitte nutzen Sie diese Chance. Es ist ein Geschenk, wirklich von uns vom Channel 21 an Sie zu Hause. 18 Euro jetzt für diesen Rock und Sie können ihn sich leisten. Sie können genauso schön aussehen und Sie werden einen Teil von unserer Harald Glöckler Welt und Sie werden wunderschön aussehen. Also bitte jetzt bestellen, nicht lange warten. Der Jet Set dieser Welt, ja, der verbringt seinen Urlaub meistens in Traumdestinationen wie Marrakesch zum Beispiel. Und was trägt man da? Natürlich eine Tunika. Und Harald Glöckler haben wir hier in dieser Tunika wirklich bis in jede Farbe des Druckes. Harald Glöckler liebt die Kombination Rot, Gold und Schwarz. Und jetzt haben wir den Preis für Sie. 18 Euro. Wir haben diese Tunika in vier verschiedenen Farben. Aber ich zeige sie Ihnen jetzt erstmal in dem wunderbaren Rot. Gut, denn wir lassen hier die roten Rosen für Sie nur so regnen. Ist das nicht opulent? Das ist wie ein Königsgewand. Und ich sage es Ihnen, ich habe mir gerade noch die Gucci-Modenschau angeschaut. Die wurde nämlich in Rom im Museum gezeigt von Alessandro Michele, dem Chefdesigner. Und was hat er gezeigt? Genau diese Farben. Es sind genau diese Farben. Die sind jetzt en vogue. Die sind jetzt brandheiß. Und was noch viel heißer ist, ist der Preis. Für 18 Euro bekommen Sie unsere Tunika Ria. Ria heißt übrigens meine Tante. Das werde ich ihr direkt erstmal mitnehmen auf jeden Fall. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir bekommen dafür eine Tunika. Nicht nur mit einem wunderschönen Rosenprint. Eben die Tuniken sind natürlich an der Seite leicht nochmal ausgestellt nach unten. Ja, wir haben eine wunderbare leichte Qualität jetzt im Sommer. Das ist flatter leicht. Damit kommen wir super schön durch den Sommer. Und es ist so easy vom Handling. Einfach überziehen. Keine Gedanken machen, ja. Sie können einfach nur den BH drunter anziehen. Überschmeißen. Vielleicht eine Leggings dazu. Oder über eine Jeans, ja. Oder wenn Sie im Garten sind draußen. Dann brauchen Sie gar nichts darunter. Und ich sage Ihnen, Sie sehen verführerisch aus. Da wird der Nachbar aber große Augen machen. Das kann ich Ihnen versprechen. Und was ich Ihnen noch versprechen kann. Sie kriegen den kleinsten Preis. Kleiner war der Preis noch nie. Es ist einfach. Wir haben ganz, ganz kleine Mengen nur noch. Auch von dieser Tunika. Wir haben sie noch in Rosa, in Smaragd und in Ecru auch dazu. Also schauen Sie bitte im Internet nach, wenn Sie sich auch für andere Farben interessieren. Die sind nämlich desortiert. Es sind die größten Reduzierungen. Sie müssen schnell sein. Letzte Chance heute. Zuzugreifen warten Sie bitte nicht. Sie ärgern sich. Ich schwöre es Ihnen. Es ist doch immer so. Wenn Sachen, die man immer haben wollte, dann sind sie auf einmal reduziert im Laden. Dann hat man sie schon mal in der Hand gehabt. Man hat geguckt. Wow. Das ist ein super Preis. Jetzt 18 Euro. Mensch. Das muss ich doch eigentlich mitnehmen. Ja. Müssten Sie auch. Nicht überlegen. Wenn man morgen dann reinklickt oder dann morgen anruft, dann ist es nicht mehr in der Größe da und dann nicht bei mir beschweren. Ich habe es Ihnen gesagt. Jetzt zuschlagen. Ich bitte Sie. Es ist ein Toppreis. Ja. Packen Sie es in Ihren Warenkorb. Ja. Und entschweben Sie nach Marrakesch. Eine Jeansjacke, die auch den Bikerlook in sich trägt, inne hat, ja, die gibt es. Und zwar von Harald Glöckler und Pompös hier bei uns. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt fällt mir gerade alles aus dem Gesicht wahrscheinlich. Haben Sie es gesehen? Die hat 120 Euro gekostet und jetzt kostet sie 35 Euro. Wahnsinn. Das ist doch ein Teil. Das müssen Sie haben. Bitte schauen Sie sich das mal an. Ich muss da direkt mal reinschlüpfen. Das ist so ein cooler Look. Wir haben nicht nur eine Jeansjacke. Die heißt im Übrigen Jill, wie eine Freundin von mir. Oder wie Jill Sander natürlich. Und Sie haben eben nicht nur diesen coolen. Es ist ja auch so ein bisschen dieser Western-Country-Style, finde ich. Oben hier mit diesen Strasssteinen noch drauf. Und dann haben wir hinten eben auch dieses wunderschöne, ja, wie so eine Art Tattoo, ne, nochmal hinten drauf. Also ein unbeschreiblich schöner Look für 35 Euro. Es ist der Wahnsinn. Wow. Das sieht schick aus. Das finde ich es wirklich. Eine richtig coole Jacke. Perfekt jetzt im Sommer natürlich. Einfach schnell mal über ein T-Shirt geschmissen, über einen Tanktop. Und wir haben hier wieder Features ohne Ende. Wir haben nicht nur hier hinten noch einmal die französische Lilie. Natürlich die Königslilie. Die Lieblingsform von Harald Blöckler. Da drüber die Stickerei mit den Flügeln, mit der Krone. Dann, Sie sehen schon, anteiliert. Wir haben hier unten nochmal silberne Knöpfe, die wir natürlich auch vorne mit der Krone an der ganzen Knopfleiste finden. Dann, können Sie sich an Madonna erinnern, die hat doch auch dieses Cowboy-Lied gemacht, ja. Es ist wirklich so ein bisschen dieser Cowboy-Western-Style, aber auch dieser Biker-Look, der sich hier wiederfindet. Sie sehen, wandlungsfähig ohne Ende. Egal zu welchem Stil Sie diese Jacke tragen. Sie können sie krempeln, aber dann sieht man natürlich die wunderschönen Strasssteine nicht mehr. Und das wäre doch wirklich sehr, sehr schade. Jeansjacke Jill, 35 Euro, keine 120, ja. Ich kann das verstehen, wenn Sie bei 120 gesagt haben, das geht nicht. Das ist mir einfach zu teuer. Das kann ich jetzt nicht gerade aufregen. 35 Euro für eine Jeansjacke mit silbernen Knöpfen, mit Strassstein, mit Stickerei auf dem Rücken. Super tailliert, mit Teilungsnähten, figurbetont, ja. Wir haben einen langen Arm. Das ist ein Kracher für die Sommersaison, ja. Ja, diese Jeansjacke, die packen Sie sich bitte direkt ein. Und ich finde, es ist wirklich ein unglaublich schönes Stück. Da könnte man doch direkt jetzt mit dem Motorrad abgeholt werden. Und dann steigen wir hinten drauf, Arme um den Mann unserer Träume und düsen für in 35 Euro Designermode, gekleidete Mode in den Sonnenuntergang. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Das können Sie. Das ist ganz einfach bei mir bei Shoppingstars. Deswegen sofort in den Warenkorb und sparen. Aussehen wie die großen Stilikonen. Wie Jackie Kennedy oder Jackie Onassis. Schauen Sie sich bitte das an. Sie kennen vielleicht meine Accessoire-Boutique. Ponchos, ja. Das ist genau mein Thema. Und dieses Shirt-Diva, das ist genau so einer. Und ich verspreche Ihnen, für 20 Euro bekommen Sie nicht nur das Shirt, sondern Sie haben auch unten drunter noch das passende Top. Also, 10 Euro pro Teil hier. Mensch, wo gibt es denn sowas? Ich raste aus. Und es ist dazu noch so wunderschön. Ich bin ja ein Riesenfreund vom Leo-Look. Sie wissen das. Leo-Look. Das ist Elizabeth Taylor. Das sind die großen Film-Diven. Ja, ich gebe zu, ich wäre auch gerne eine. Aber ich bin einfach hier für Sie, um Ihnen diese ganz, ganz wunderschöne Mode nahe zu bringen. Und damit bin ich auch sehr zufrieden. Denn wir haben so tolle Teile. Diese, ich finde, es ist fast gar kein Shirt. Es ist wie eine Tunika. So einfach zu handeln. Einfach überzuwerfen. Passt wirklich jeder Größe. Es ist ein total schöner Schmeichler. Sie sehen das ja schon. Es ist easy. Man kann es über ein Kleid tragen, über eine Hose oder über einem Rock. Sie haben ja immer noch das Top. Das ist ja auch noch inklusive. Mensch, vorher 100 Euro, jetzt 20. Da können Sie ja fünf Stück von kaufen. Da hätten Sie sonst den ganz normalen Preis erreicht. Ich drehe durch. Es ist wirklich, es ist ein Loungewear-Teil. Loungewear bedeutet bei uns ja immer, das ist einfach entspannt. Das ist ein Cozy-Teil. Da engt nichts ein. Man kann sich drin wohlfühlen. Aber Sie fühlen sich jetzt bitte nicht zu wohl. Sondern bestellen jetzt dieses wunderschöne Shirt. Denn wir haben es in Leo-Spart, Schwarz und Ecrü. Aber nur noch in Leopard, ja, wirklich in so viel Größen, dass wir Ihnen garantieren können, dass Sie noch eins kriegen. Weil die anderen sind restlos disortiert. Es ist einfach ein Knallerpreis. Ich bitte Sie, 20 Euro für ein Shirt. Ein zweiteiliges, inklusive Top. Ja, ein unglaublich schöner Look wie die großen Filmdieven. Ja, ein Leoparden-Look. Stellen Sie sich mal wirklich vor. Ich liebe ja Sophia, Lorraine wirklich und Elizabeth Taylor. Dazu noch ein schicker Hut zum Beispiel. Sehe ich Sie schon beim Pferderennen unterwegs sein. Also es ist wirklich ein unglaublich schönes Teil. Ja, in einer ganz, ganz tollen Qualität. Und ich muss dazu sagen, es ist auch einfach zu kombinieren. Ja, schauen Sie mal. Ich habe hier eine schwarze Hose zum Beispiel dazu an von Urban Diva. Auch dazu funktioniert es toll. Und ich kann Ihnen sagen, es ist der kleinste Preis. Kleiner wird er nicht. Niemals. Und wenn Sie jetzt nicht bestellen, dann wird dieses Shirt an eine andere Dame gehen, die sich sehr, sehr darüber freuen wird. Und das möchte ich nicht. Ich will, dass es an Sie, an Sie dort zu Hause geht, dass Sie damit schön aussehen und dass Sie sich so wunderbar wohlfühlen in der Mode von Harald Glöckler und Pompös. Also, schon angerufen oder bestellt? Nein, dann wird es Zeit. Jeans und Jeggings oder beziehungsweise Jeans und Leggings zusammen, das geht nicht. Doch, das geht. Und das geht bei uns für 18 Euro. Ich flippe aus. Wir haben hier unsere Jeans, Jeggings, Jill. Reduziert von 70 Euro auf 18 Euro. 70-prozentige Ersparnis, 80-prozentige Ersparnis. Das geht nicht. Doch, das geht bei mir, bei Shoppingstars. Und wenn Sie ganz, 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 ganz schnell sind, anrufen oder bei uns channel21.de bestellen, dann können Sie mitsparen und mitmachen bei unserem, ja, man muss wirklich sagen, es macht einfach Spaß. Es macht mir Spaß, mir geht das Herz auf, Ihnen diese Preise bieten zu können. Schauen Sie sich diese wunderschöne Passform an. Die Jeans, Jeggings, Jill, ja, die macht wirklich einen Po. Oh, die hebt hinten schön an. Die hat eine ganz tolle Position, so angedeutete Taschen, keine Taschen drauf. Das verschlankt ja noch mehr. Und dann haben wir hier eben wieder unser Pompös-Logo mit den Flügeln. Harald Glückler ist eben ein Designer, der verleiht Flügel. Der lässt uns leicht fühlen, aber gleichzeitig stark und wunderschön. Er ist ein Romantiker, aber natürlich auch ein cooler Typ, das wissen wir. Und das alles findet man in seiner Mode wieder. 70 Euro hat sie mal gekostet, jetzt 18 Euro. Ein Outlet, das bedeutet natürlich, unsere Knallerteile aus unserem Modesortiment für Sie so drastisch reduziert, ja, dass es uns wirklich wehtut in den Fingerspitzen. Ja, der Taschenrechner glüht, wir können nicht mehr machen. Es ist wirklich Endstationpreis hier bei uns, aber Sie können davon profitieren, weil Sie jetzt zuschlagen. Rot oder Weiß haben wir davon. Weiß können wir gar nicht mehr so viel zeigen, deswegen zeigen wir für Sie die rote Variante. Wenn Weiß Sie aber interessiert, dann gucken Sie doch mal bei uns im Internet unter Shoppingstars bei Channel21.de und informieren sich, welche Größen einfach noch da sind. Deswegen bitte nicht böse sein, wenn meine Größe weg ist. Das ist natürlich wie, wenn ein Ausverkauf in einem Laden ist und da ist das Lieblingsteil reduziert. Ja, ich kann das verstehen. Eine Jeans-Jaggans, die können Sie immer anziehen. Die können wir jetzt im Sommer tragen mit einem tollen Turnschuh. Wir können sie aber auch mit einem tollen Highheel tragen oder aber auch natürlich mit so tollen Jeans-Jacken, wie wir Ihnen das im Styling gerade vorgeführt haben. Eine Jeans-Jaggans hat eine ganz, ganz tolle Bewegungsfreiheit, muss man dazu sagen, weil da ganz viel Elastan drin ist. Wir fühlen uns wohl, wir können damit Fahrrad fahren, wir können Bäume ausreißen, ja. Und ich könnte Bäume ausreißen, weil ich so glücklich bin, dass ich Ihnen diese Preise liefern darf, ja. Sehen Sie es als Geschenk von Harald Glöckler und mir für Sie. 18 Euro, nicht lange nachdenken. Jetzt bestellen, jetzt einloggen von uns für Sie. Eine Stehkose, wie man sie noch aus den Filmen von Bogen erkennt. Das ist unsere Pompös-Jaggans, nämlich mit dem tollen Namen Luna. Und das Tolle ist, wir haben hier nicht nur eine Stretch-Qualität von noch einem Reißverschluss. Ganz tolle Absteppung. Wir haben hier auch einen Preis von 18 Euro, ja. Statt 90 Euro, das ist wirklich 70% Ersparnis, 80% Ersparnis. Hier rattern die Preise einfach nur so durch. Und ich kann es Ihnen sagen, wer jetzt nicht zugreift, ja, die ist einfach weg. Die wird weg sein. Ich weiß es jetzt schon. Das ist eine, hier heißt es bei uns Jaggans. Ich finde fast, es ist so eine Stehkose. Kennen Sie noch diese Stehkosen wirklich von Bogen er? Ich habe die geliebt. Ich ziehe die mal zum Skifahren an. Die sehen ganz edel aus. Und die haben auch, nämlich genauso wie hier unten, auch diese Nähte und die Absteppung noch mal innerhalb hier des Beines, was so ein bisschen aussieht wie diese Reiterhosen. Aber wir haben hier eine ganz tolle Form. Es ist eine ganz verschlankende Optik, die wir bei unserer Jaggans Luna haben. Es ist bequem. Wir haben oben den ganz tollen Stretch-Bund. Und das für 18 Euro. Ein Kirschrot, das knallt doch rein, oder? Überlegen Sie mal. Dazu ein weißes Top hier, wie das bei uns die Anke trägt. Dazu ein roter Lippenstift. Da ziehen wir einfach dann einen flotten Sneaker zu an oder ein High Heel. Und dann gehen wir auf Fahrradtour. Und ich sage es Ihnen, da drehen sich alle nach Ihnen um. Das ist Ihnen sicher. Und Sie wissen ganz genau, Sie und ich wissen, wie viel Sie bezahlt haben. 18 Euro für ein modisches Highlight. Unglaublich schön. Und Sie können es nämlich nicht nur in Rot genießen. Unser, ja, wirklich unseren Shopping-Star. Hier muss man sagen, man sieht ihn an Anke, wie ich nur in Rot, sondern auch in Marine. Wenn Sie sich für Marine interessieren, da haben wir nur noch ganz wenige. Es ist wirklich, ne? Wir haben nicht mehr alle Größen immer. Beim Outlet ist das so. Sie wissen, man muss schnell sein. Es ist reduziert. Es ist einfach, es weckt Begehrlichkeit. Und natürlich ist dieser Preis, ja, den begehre ich natürlich auch. Aber es ist ein Geschenk von uns, vom Channel an Sie. Weil unser Outlet hat die kleinsten Preise ever. Noch nie war unsere Mode hier so günstig wie im Outlet. Es sind ganz kleine Bestände. Es sind die größten Reduzierungen, die wir je hatten. Aber Sie müssen schnell sein. Lange nachdenken, m-m-m-m. Gleich anrufen bei uns bei 0800 21 33321. Oder aber ganz einfach ins Internet reinklicken, bei Channel 21 Shopping-Stars eingeben. Da finden Sie alle Produkte. Und da können Sie sich dann auch nach den Größen orientieren. Deswegen die Jaggans, ja, mit dem wunderbaren Luna-Namen, die geht zu Ihnen nach Hause. Sie werden toll aussehen. Viel Spaß. Segeln Sie mit mir hinaus in eine ganz, ganz wunderschöne Welt der Mode. Nämlich mit unserem Rock Saint-Tropez. Und wie sehr ich Saint-Tropez liebe, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich bin sehr, sehr oft da und ich weiß, dass diese Mode ganz genau dorthin gehört. Und Sie gehören dort auch hin. Sie gehören auch nach Saint-Tropez und Sie können es sich leisten. Mit 18 Euro kommen Sie in diese wunderschöne Hafenstadt. Und genau da treffe ich jetzt nämlich meine wunderbare Anki auf dem Laufsteg. Sie trägt unseren Rock Saint-Tropez. Okay, schauen wir uns ihn mal genauer an. Was haben wir hier? Wir haben hier dieses wunderbare Schmuckprint. Wirklich wieder sehr ausgefeilt, auch angebracht, ne? Dass wir eben eine ganz tolle Figur haben. Es verschlankt hier oben wieder. Und dann, wow, dann kommt der ganze Druck. Das Maritime. Da ist natürlich die Hafengeschichte. Können Sie noch, können Sie sich an die alten Filme von Louis de Finney erinnern? Alle spielen in Saint-Tropez im Hafen. Es ist wirklich eine ganz wunderschöne Szenerie. Brigitte Bardot hängt in Saint-Tropez überall in den Straßen. Und das spiegelt sich natürlich in diesem Rock wieder. Ja, wir haben ein maritimes Design mit diesem goldenen Anker. Es ist ein sehr schmaler Schnitt. Aber schauen Sie bitte, wir haben trotzdem eine ganz, ganz elastische Qualität. Sie können sich darin perfekt bewegen. Hier engt überhaupt nichts ein. Und die große Freiheit, die ist nicht nur im Sitz. Liebe Damen dort zu Hause, bitte jetzt seien Sie schnell. Ich weiß, Sie wollen auch hinaussegeln mit diesem wunderschönen Rock. Und so ein bisschen Luft schnuppern von unserem Savoir-Vivre, das uns natürlich hier mit diesem Rock nach Frankreich führt. Und das geht. Es ist überhaupt kein Problem. 18 Euro. Wir haben 18 kleine Euro. Ja, die sieht man nicht. Die wissen nur Sie. Die wissen nur ich. Wir erzählen das überhaupt keinem. Sie sehen aus wirklich wie ganz, ganz groß in Mode. Und das Tolle ist, Sie müssen nichts anderes machen, als jetzt anzurufen. Jetzt bitte in die Leitung 0800 2133321. Dann geht der Rock Saint-Tropez mit diesem wunderschönen maritimen Design direkt zu Ihnen nach Hause. Wenn Sie aber sagen, ach was, nee, ich rufe nicht an. Ich bestelle direkt online. Da kann ich mir gleich auch noch meine Größe sichern und weiß, was ich habe. Dann klicken Sie bei channel21.de und bestellen dort. Die Artikelnummer haben wir hier nochmal. Das ist die 3619787. Also direkt notieren und für 18 Euro in die Welt natürlich der Mode nach Frankreich hin entfliehen und wohlfühlen und mit immer etwas Harald Glöckler im Rückenwind. Und das ist doch das Tolle. Der macht diese Frauen aus uns, die wir sein wollen. Und zwar für 18 Euro bei mir, bei Shopping Stars, werden Sie der Star hier jetzt. Sie haben vielleicht schon Blazer zu Hause, aber Sie haben noch keinen Blazer, der auch Schmuck gleich mit dabei hat. Und das haben wir nämlich deswegen haben wir hier für Sie von Pompös einen wunderschönen Blazer mit Schmuckdruck. Und wissen Sie was? Ich finde den so schön. Ich ziehe den gleich mal direkt über. Und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Der hat mal 150 Euro gekostet. Und ich weiß gar nicht, wie das immer hier bei mir die Redaktion alles so ausrechnet. Es gibt ihn heute für 50 Euro. Ja, also wirklich drei Viertel hier gespart. Schauen Sie sich das an. Ein Blazer ist immer ein Allrounder. Über einem weißen T-Shirt. Ich habe jetzt eine schwarze Hose von Urban Diva dazu. Sie können den total schön auch krempeln. Ich finde das immer sehr modisch, wenn man einfach die Arme so ein bisschen hochschoppt. Und wissen Sie, das ganz Besondere ist einfach daran, hier innen drin haben wir im Innenfutter noch die kleinen Kronen von Harald Glöckler. Und das ist ja immer das Schöne. Er hat ja überall seinen, ja so ein bisschen seinen eigenen Touch mit drin und gibt seine persönliche Note damit. Und ich finde es ganz wahnsinnig. Meine liebe Tatjana, auch du hast den wunderschönen Blazer an und bitte schauen Sie sich an für 50 Euro, ja. Seien Sie bitte auch hier ganz, ganz schnell. Wir haben nicht mehr alle Größen vorrätig. Sie müssen da schnell sein. Das ist, wenn wir uns nämlich angucken, wir haben hier eine Schnittführung, eine superschöne Taillierung. Sie sehen das vom Druck natürlich. Sie sind ja auch modisch versiert, genauso wie ich. Das ist so ein bisschen Versace, das ist ein bisschen Moschino-Look. Wir haben hier vorne fünf wunderschöne goldene Knöpfe auf jedem Einzelnen, die unglaublich schöne Pompös-Krone nochmal mit drauf. Ja, ein ganz toll gearbeiteter Schnitt, auch nochmal mit diesem Perlenmuster. Und Sie wissen ja, Harald Glöckler ist ein Designer, der orientiert sich auch ein bisschen immer an Pierre Cardin, an Yves Saint Laurent, große Künstler. Und das hier bei einem Blazer, Linda, für 50 Euro. Ja, also es ist unglaublich schön. Wir haben überall auch nochmal dieses unglaublich schöne Innenfutter. Schauen Sie bitte, wie speziell und wie wertig das gearbeitet ist. Wenn Sie so einen Blazer in einem Geschäft im Laden haben möchten, das kriegen Sie niemals für 50 Euro. Ja, wir haben hier von 149,99 sind wir 70 Prozent runtergegangen. Wo kriegen Sie denn eine 70-prozentige Ersparnis? Aber das ist auch das Ding, Sie müssen jetzt schnell sein, Sie müssen zuschnappen. Wenn Sie nicht direkt bei uns immer sofort zugreifen, dann können die Sachen weg sein. Ja, das ist hier so beim Outlet. Sie kennen das, wenn Marseille ist irgendwo in der Stadt und man schaut hin und denkt, wow, das ist super reduziert. Ja, dann müssen Sie das direkt kaufen. Weil wenn man am nächsten Tag kommt, ist es nicht mehr da. Deswegen tun Sie sich eine Freude. Sie wissen, wie teuer es war, ich weiß es, aber die anderen, die Sie sehen, nicht. Und Sie strahlen in einem wunderschönen Teil von Harald Glöckler. Viel Spaß damit. Tré Jolie, wer möchte das nicht sein? Sehr hübsch heißt das ja auf Französisch. Und genau so heißt auch unser Pulli, äh, Pullifa, wollte ich schon sagen, unser Pullover Jolina von Harald Glöckler von Pompös. Und ganz ehrlich, wir haben hier einen halsfernen Rollkragenpulli, der auch noch eine Überlänge hat. Und wieder dieses wunderbare Material Viskose für 15 Euro. Das ist doch nicht auszuhalten, oder? Ich weiß nicht, wie wir diese Preise gestalten können, aber das kann Ihnen ja ganz egal sein. Denn Sie sparen hier bei unseren Shoppingstars, was das Zeug hält. Und insofern direkt bestellen. Und damit Sie auch mal sehen, wie das nämlich angezogen aussieht, gehe ich einmal rüber zu unserer Julia. Und, oh, Julia, du siehst auch wunderschön aus. Auch Tré Jolie. Und da sehen wir es, nämlich diese ganzen Features, die ganzen Vorteile, die dieser, ja, das Schöne ist immer, Halsfernenrollkragen nämlich eben hat. Denn wir sehen, was der Vorteil ist an so einem Halsfernenrollkragenpullover. Dass wir nämlich unsere ganzen schönen Ketten natürlich und auch unsere wunderbar verführerischen Schlüsselbeine da drin eben auch präsentieren können und jetzt auch gerade im Sommer oder an Sommerabenden nicht zu doll eingepackt sind. Wir haben den auch noch in Rosé oder in Rosa und in Schwarz, aber leider auch da desortiert. Wir sind ein Outlet. Ja, wir sind zwar die Stars, die Sternchen unter den Outlets, weil wir wirklich Preise haben für ganz, ganz, also ganz kleine Preise, für eine ganz wunderbare Qualität wie eben hier der Viskose. Es ist, Entschuldigung, Julia, ich bin ja, ich bin leider immer sehr touchy. Wenn etwas schön ist und sich ganz wunderschön anfühlt, muss ich immer gleich mal berühren. Und wenn Sie, Sie sehen das aber schon, oder? Sie sehen es bis zu sich nach Hause. Das ist Viskose. Da schwitzt man nicht drin. Das ist hautfreundlich. Das knittert nicht. Das ist eine tolle Kofferware auch für den Urlaub. Aber für 15 Euro. Wir sind hier wieder bei einer Ersparnung von 70 Prozent. Shopping Stars hier mit mir, mit Luisa verführt. Das bedeutet Verführung pur, aber auch bei den Reduzierungen. Reduzierung bis 70 Prozent, bis 80 Prozent. Das können wir nur hier machen, nur im Outlet. Und der Preis gilt nur, solange der Vorrat reicht. Unser Outlet-Preis. Deswegen seien Sie schnell. Packen Sie es ein. Vielleicht auch noch in Schwarz. In Schwarz natürlich auch eine ganz, ganz tolle, verschlankende Silhouette noch. Und eben mit diesem tollen, halsfernen Rollkragen. Ich finde, das sieht ganz edel aus. Das ist so ein bisschen dieses Monaco-Thema. Da sehe ich auch natürlich Harald Glöckler. Und Harald Glöckler, der ist immer ein bisschen dabei bei diesen ganzen Teilen. Der nimmt sie an der Hand und der stützt sie wie so eine beste Freundin auch ein bisschen. Und das haben Sie schon mal mit Harald Glöckler im Date gehabt. Da können Sie ihm dann für 15 Euro vielleicht noch einen Kaffee ausgeben. Aber auf jeden Fall in diesem Pullover Julina. Sehen Sie wunderschön aus damit. Ein funkelndes Feuerwerk. Nicht nur an Gefühlen, sondern auch an Preissturz gibt es hier. Und vor allem ganz viele Glücksgefühle, wenn Sie jetzt erfahren, wie teuer unser Rock Selena ist. 20 Euro darf ich Ihnen hier anbieten für dieses wunderschöne Teil. Wir haben ihn auch in schwarz. Und bitte schauen Sie sich diesen Regen an. Ich finde, das ist ein, ein, wirklich ein Feuerwerk an Strassstein, wie das hier runterrieselt. Und wir schauen uns das bei meiner Julia an, weil es ist einfach ein Rock. Den müssen Sie angezogen sehen. Den müssen Sie bewegt sehen. Dann kommt nämlich dieses Funkeln erst zur Geltung. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein Rock im Stil von Hervé Léger. Ich habe von Hervé Léger einen Tag vor meiner richtigen Hochzeit auf Ibiza ein Kleid getragen. Das hat 1.800 Euro gekostet. Und das war ein Stretchkleid. Genauso wie wir es hier auch haben. Das ist nämlich wunderbar mit Elastan. Und da waren auch überall diese Glitzersteine drauf. Ja, aber nicht 1.820 Euro bezahlen Sie heute bei mir beim Outlet. Für einen Rock, der und über und über wirklich, es ist so wunderschön, als wenn das so leise runterregelt. Kennen Sie so diese Goldregen manchmal, die, wenn, ja, wenn es in Filmen einfach zum Highlight kommt, dann sprudelt da auf jeden Fall alles über an Feuerwerk, an diesem Glitzerregen. Und das haben wir hier auch bei unserem Rock, Selina. Es ist einfach ein wunderschöner Strassbesatz. Und auch hier wieder mit Hotfix-Verfahren. Wir haben hier wieder einen Viskose-Anteil. Sie schwitzen wenig, es ist hautfreundlich. Er trägt sich wunderschön. Und er ist ein wahres Kombinationstalent. Sie können es natürlich mit einer Bluse, mit einem tollen Blazer zusammen anziehen. Wir haben auch ganz tolle Blazer von Pompös übrigens. Also klicken Sie da bei Shoppingstars auch ruhig mal durch. In dem ganzen Sortiment, da haben Sie ja unter Shoppingstars alle Artikel aufgelistet. Gucken Sie, was Sie alles finden. Packen Sie das in Ihren Warenkorb. Sie bezahlen nur einmal am Tag die Versandkosten. Und deswegen ruhig auch nicht lange überlegen, nicht lange sammeln. Wenn Sie sagen, das ist jetzt genau mein Teil, das will ich haben, dann packen Sie das jetzt direkt in Ihren Warenkorb oder rufen Sie an. Weil wenn Sie warten, wenn Sie sammeln, wenn Sie erst später anrufen, es kann sein, dass es weg ist. Es wird hier ganz, ganz schnell gehen. Ecrü und schwarz bei dem Rock haben wir. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben hier die kleinsten Preise. Wir haben die kleinsten Preise. Wir haben ein Harald Glöckler Design. Ja, was mich erinnert an Herve Liger, an einen der größten französischen Designer, an wunderschöne Abendmode. Und das können Sie für 20 Euro tragen. Also, einfach nur schnell nach Ihrer Größe gucken oder anrufen unter der 0800 21 333 21 und sagen, ich will den Rock Selena in weiß, ecrü oder in schwarz. Ja, überlegen Sie. Und hier haben wir auch schon unseren ersten Look. Das ist unser Chassuble von Harald Glöckler. Ein unglaublich schöner Artikel. Wir haben hier nämlich, es ist ja eine Art Cardigan. Er ist ein bisschen überlänger geschnitten. Wir haben auch noch diesen Leoparden-Look und diesen wunderbaren Dreiviertelarm. Liebe Damen und Herren, haben Sie es gesehen? 20 Euro. Wir haben hier über 50 Prozent gespart. Und das ist genau das Ding, nämlich hier bei uns beim Outlet. Wir haben ganz kleine Bestände. Wir haben die größten Reduzierungen. Wir haben die kleinsten Preise. Und Sie haben leider keine zweite Chance. Bitte greifen Sie, wenn Ihnen unser Chassuble gefällt, jetzt direkt zu. Wir haben auch nicht mehr alle Größen natürlich, aber wir haben auch noch andere Farben. Die sind leider aber schon so desortiert. Rot und Schwarz hatten wir noch. Wenn Sie sich dafür auch interessieren, bitte immer auch mal einen Blick werfen bei uns bei Channel21.de. Da finden Sie immer alle aktuellen Größen und alle Verfügbarkeiten. Aber wir schauen es uns direkt auch noch mal bitte an hier bei Julia. Wir haben einfach eine unglaublich schöne Schnittführung. Harald Glöckler. Wir kennen ihn alle, den Designer, der wirklich die Welt immer versucht, ein bisschen schöner zu sehen, als sie vielleicht im Endeffekt ist. Und genau so das macht er auch mit uns Frauen. Ja, er schmückt uns und verschönert uns. So ein Chassuble ist natürlich toll, um ein bisschen zu kaschieren. Und man kann es natürlich auch zu ganz, ganz vielen Dingen kombinieren. Nicht nur zu einer Leggings. Sie können es natürlich auch toll einfach über ein Kleid, über ein Etui-Kleid ziehen. Und es ist ein wahrer Figurschmeichler. Bitte schauen Sie es sich an. 20 Euro für einen Kabigen, ein Chassuble von Harald Glöckler. Von einem unglaublich tollen Designer, einem sehr humorvollen Menschen, wie ich auch finde. Denken Sie mal dran, seit 1990 entwirft er unter Pompös eben seine wunderbare Mode und ist damit unglaublich erfolgreich. Wir machen Ihnen eben hier unsere Geschenke beim Outlet, weil das sind Dinge, die können Sie jetzt kaufen. Beim Outlet ist es halt einfach so, natürlich, dass bei einem Outlet, da muss man schnell sein. Wenn jemand zuvor kommt, ist die Größe weg und das kann natürlich hier ganz, ganz schnell passieren. Deswegen 1, 2, 3 direkt in Ihren Warenkorb einpacken. Und bei uns natürlich die Möglichkeit, entweder Sie rufen ganz schnell an unter 0800 21 333 2 1 oder aber ganz einfach bestellen bei uns online unter channel21.de. Da einfach Shoppingstars eingeben und dann kommen Sie direkt auf diese wunderbaren Teile und auch auf unser Chassuble. Also bitte da mal reinklicken. Und wenn Sie natürlich auch noch Payback-Punkte sammeln wollen, dann geht das auch hier ganz einfach. Gucken Sie sich einfach die Artikelnummer an. Wir haben hier die 36202 99 aufschreiben, direkt in den Warenkorb hacken. Und wenn Sie schnell sind, dann haben Sie für 20 Euro ein Highlight. Bald bei Ihnen zu Hause. Kunst und Mode gehört einfach sowas von zusammen. Und wenn es einer versteht, dann der ja nicht nur Designer, sondern auch Maler, Harald Lückler. Schauen Sie sich bitte dieses Gemälde an. Das ist kein Shirt, das ist auch keine Tunika. Doch ist es natürlich schon. Aber das ist ein Gemälde. Das ist Kunst von Harald Glückler von Pompös. Und ich bitte Sie, haben Sie schon mal ein Bild von Harald Glückler gekauft für 20 Euro? Ich auch nicht, aber es ist möglich. Und deswegen packen Sie dieses Gemälde jetzt genau in Ihren Warenkorb und verschönern damit nicht nur Ihre Räume zu Hause, sondern sich selber. Und da ist sie, meine wunderbare Tatjana. Und wir sehen an Tatjana nochmal dieses unglaubliche Kunstwerk. Ich bitte Sie, wir haben vorne, es ist wirklich eine Art wie Seide. Es fühlt sich an wie Seide. Und das macht natürlich diese Strahlkraft, dieses ornamentalischen Tigerprinz so unglaublich schön. Ja, durch diese seidige Optik kommt natürlich die Qualität des Druckes um das Vielfache raus. Aber das Schöne ist, wenn wir nämlich hier uns hinten anschauen, haben wir wieder auf unserer Tunika überall 94% Viskose. Sie wissen, Viskose ist eines der hochwertigsten, teuersten und besten Materialien, die Sie tragen können. Es ist hautfreundlich, Sie schwitzen nicht da drin. Und ich meine ganz ehrlich, wussten Sie, wer eigentlich Harald Glückler das Malen beigebracht hat? Ja, ich sage es Ihnen. Er hat sich Gina Lollobricci da nach Rom eingeladen und sie hat ihm das Malen beigebracht. Ich sage es Ihnen, Sie können bei mir nicht nur was kaufen, Sie können auch noch was lernen und mitnehmen. Und ich finde, wenn man sich das anguckt, da steckt das doch auch drin, oder? Gina Lollobricci da und Harald Glückler. Stellen Sie sich die beiden zusammen beim Malen vor. Und diese Szenerie, ja, dieses Spiel, das können Sie bei uns kaufen. Und nicht mehr für 70 Euro, nein, für 20 Euro. Aber ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, das wollen alle haben. Ich möchte das ja auch haben, natürlich. Und bei diesem Preis kann es jeder haben. Aber bitte seien Sie schnell. Wir haben nicht mehr alle Größen. Sie müssen bitte, wenn Sie sich ganz sicher sein wollen, dass Sie die Größe noch bekommen. Schauen Sie im Internet. Da können Sie immer bei channel21.de unter Shoppingstars sich unsere Sterne angucken. Und ich weiß ganz genau, vielleicht wissen Sie es, ich bin ja auch Shoppingqueen geworden. Mit mir bei Shoppingstar werden Sie auch Shoppingqueen. Denn hier können Sie auch zu einem ganz kleinen Budget, nämlich diese ganz wunderschönen, großartigen Stücke kaufen. Einfach bei channel21.de bestellen oder 0800 2133321 anrufen und direkt zu sich nach Hause holen. Ein Gemälde von Harald Glückler, vielleicht zusammengemacht mit Gina Lollobricci da. Wunderschön. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Na Sie auf jeden Fall. Und das mit unserer Long Tunica Nora. Schauen Sie sich bitte dieses wunderschöne Teil an. Wow, das ist wirklich ein Teil. Das ist Breakfast at Tiffany's. Sehen Sie Audrey Hepburn vor dem Schaufensterregal stehen? Sie können auch Audrey Hepburn sein. Für 18 Euro. Ich flippe aus. Das hat mal 80 Euro gekostet. Diese wunderschöne, ich wollte gerade sagen, Kleid. Es ist doch eigentlich fast ein Kleid, oder? Sie bekommen nicht nur eine Tunica, Sie bekommen ein wunderschönes Kleid. Und schauen Sie sich diesen Strassbesatz an. Opulent. Wir haben hier nicht gespart. Wir haben hier reichlich wirklich geklotzt und nicht gekleckert. Das ist ein Kleid, meine liebe Dame. Das macht aus Ihnen die Königin der Nacht. Es ist ein unglaublich schönes Dress. Es ist leicht ausgestellt. Es ist ein lockerer Stil. Es umspielt schön unsere wunderschöne Figur. Aber ich kann Ihnen sagen, 18 Euro bei dem Kleid, da müssen Sie ganz schnell sein. Wir haben hier bei unseren Shoppingstars die kleinsten Mengen, die kleinsten Preise. Das sehen Sie ja schon bei 18 Euro. Aber leider auch nicht viele davon. Deswegen, seien Sie schnell. Es gibt keine zweite Chance, das jetzt so hier einzukaufen. Unser Outletpreis geht so lange, so lange unser Vorrat natürlich noch da ist. Und ich weiß, der rattert hier jetzt runter. Zack, da ein Kleid, da ein Kleid, da ein Kleid. Ich sage Ihnen, seien Sie bitte schnell, so eine Tunika mit diesem Straßbesatz. Harald Glöckler steckt da natürlich in jeder Naht, in jeder Pore. Das ist ein Kleid, so wünscht er sich die Frau von heute. Modern, elegant, ja, aber auch als Fashioniste natürlich rausgehen. Und auch ganz, ganz toll übrigens finde ich hier wieder auch, wie der Schmuck dazu eingesetzt wird. Also Sie können damit richtig punkten, meine lieben Damen und Herren. Für 18 Euro. Vielleicht haben Sie damals immer schon gedacht, man, oh, 80 Euro, das ist echt viel. Aber ich hätte dieses Kleid so gerne bei mir zu Hause im Kleiderschrank. Da hätte ich doch dann damit zu dem Event gehen können. Oder aber, Mensch, als mich mein Mann letztens eingeladen hat zum Hochzeitstag, da hätte ich das auch tragen können. Jetzt können Sie das. Jetzt können Sie diese wunderschöne Tunika kaufen. Denn ich mache es möglich. Ich mache es für Sie möglich mit diesem sensationellen Preis. 70% Ersparnis, 80% Ersparnis. So sieht das bei uns aus, bei Shoppingstars. Hier regnet es und funkelt es. Sehen Sie unsere Shoppingsterne, die befinden sich hier auf der Tunika. Und wenn Sie die haben möchten, rufe Sie an 0800 21 333 21. Und das ist Ihr Kleid. Viel Freude. Der Jet Set dieser Welt, ja, der verbringt seinen Urlaub meistens in Traumdestinationen wie Marrakesch zum Beispiel. Und was trägt man da? Natürlich eine Tunika. Und Harald Glöckler haben wir hier in dieser Tunika wirklich bis in jede Farbe des Druckes. Harald Glöckler liebt die Kombination Rot, Gold und Schwarz. Und jetzt haben wir den Preis für Sie. 18 Euro. Wir haben diese Tunika in vier verschiedenen Farben. Aber ich zeige sie Ihnen jetzt erstmal in dem wunderbaren Rot. Denn wir lassen hier die roten Rosen für Sie nur so regnen. Ist das nicht opulent? Das ist wie ein Königsgewand. Und ich sage es Ihnen, ich habe mir gerade noch die Gucci-Modenschau angeschaut. Die wurde nämlich in Rom im Museum gezeigt von Alessandro Michele, dem Chefdesigner. Und was hat er gezeigt? Genau diese Farben. Es sind genau diese Farben. Die sind jetzt en vogue. Die sind jetzt brandheiß. Und was noch viel heißer ist, ist der Preis. Für 18 Euro bekommen Sie unsere Tunika Ria. Ria heißt übrigens meine Tante. Das werde ich ihr direkt erstmal mitnehmen auf jeden Fall. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir bekommen dafür eine Tunika. Nicht nur mit einem wunderschönen Rosenprint. Eben die Tuniken sind natürlich an der Seite leicht nochmal ausgestellt nach unten. Wir haben eine wunderbare leichte Qualität jetzt im Sommer. Das ist flatter leicht. Damit kommen wir super schön durch den Sommer. Und es ist so easy vom Handling. Einfach überziehen. Keine Gedanken machen. Sie können einfach nur den BH drunter anziehen. Überschmeißen. Vielleicht eine Leggings dazu. Oder über eine Jeans. Oder wenn Sie im Garten sind draußen. Dann brauchen Sie gar nichts darunter. Und ich sage Ihnen, Sie sehen verführerisch aus. Da wird der Nachbar aber große Augen machen. Das kann ich Ihnen versprechen. Und was ich Ihnen noch versprechen kann. Sie kriegen den kleinsten Preis. Kleiner war der Preis noch nie. Es ist einfach. Wir haben ganz, ganz kleine Mengen nur noch. Auch von dieser Tunika. Wir haben Sie noch in Rosa, in Smaragd und in Ecru auch dazu. Also schauen Sie bitte im Internet nach, wenn Sie sich auch für andere Farben interessieren. Die sind nämlich desortiert. Es sind die größten Reduzierungen. Sie müssen schnell sein. Letzte Chance heute. Zuzugreifen warten Sie bitte nicht. Sie ärgern sich. Ich schwöre es Ihnen. Es ist doch immer so. Wenn Sachen, die man immer haben wollte, dann sind sie auf einmal reduziert im Laden. Dann hat man sie schon mal in der Hand gehabt. Man hat geguckt. Wow, das ist ein super Preis. Jetzt 18 Euro. Mensch, das muss ich doch eigentlich mitnehmen. Ja, müssen Sie auch. Nicht überlegen. Wenn man morgen dann reinklickt oder dann morgen anruft, dann ist es nicht mehr in der Größe da. Und dann nicht bei mir beschweren. Ich habe es Ihnen gesagt. Jetzt zuschlagen. Ich bitte Sie. Es ist ein Toppreis. Ja, packen Sie es in Ihren Warenkorb. Ja, und entschweben Sie nach Marrakesch. Aussehen wie die großen Stilikonen. Wie Jackie Kennedy oder Jackie Onassis. Schauen Sie sich bitte das an. Sie kennen vielleicht meine Accessoire-Boutique. Ponchos, ja. Das ist genau mein Thema. Und dieses Shirt-Diva, das ist genau so einer. Und ich verspreche Ihnen, für 20 Euro bekommen Sie nicht nur das Shirt, sondern Sie haben auch unten drunter noch das passende Top. Also, 10 Euro pro Teil hier. Mensch, wo gibt es denn sowas? Ich raste aus. Und es ist dazu noch so wunderschön. Ich bin ja ein Riesenfreund vom Leo-Look. Sie wissen das. Leo-Look, das ist Elizabeth Taylor. Das sind die großen Film-Diven. Ja, ich gebe zu, ich wäre auch gerne eine. Aber ich bin einfach hier für Sie, um Ihnen diese ganz, ganz wunderschöne Mode nahe zu bringen. Und damit bin ich auch sehr zufrieden, denn wir haben so tolle Teile. Diese, ich finde, es ist fast gar kein Shirt. Es ist wie eine Tunika. So einfach zu handeln. Einfach überzuwerfen. Passt wirklich jeder Größe. Es ist ein total schöner Schmeichler, ja. Sie sehen das ja schon. Es ist easy. Man kann es über ein Kleid tragen, über eine Hose, über einem Rock. Sie haben ja immer noch das Top. Das ist ja auch noch inklusive. Mensch, vorher 100 Euro, jetzt 20. Da können Sie ja 5 Stück von kaufen. Da hätten Sie sonst den ganz normalen Preis erreicht, ja. Ich drehe durch. Es ist wirklich, es ist ein Loungewear-Teil. Loungewear bedeutet bei uns ja immer, das ist einfach entspannt. Das ist ein cozy Teil, ja. Da engt nichts ein. Man kann sich drin wohlfühlen. Aber Sie fühlen sich jetzt bitte nicht zu wohl, ja. Sondern bestellen jetzt dieses wunderschöne Shirt. Denn wir haben es in Leo Spart, Schwarz und Ecru. Aber nur noch in Leopard, ja. Wirklich in so viel Größen, dass wir Ihnen garantieren können, dass Sie noch eins kriegen. Weil die anderen sind restlos disortiert. Es ist einfach ein Knallerpreis. Ich bitte Sie, 20 Euro für ein Shirt. Ein zweiteiliges, inklusive Top. Ja. Ein unglaublich schöner Look. Wie die großen Film-Diven, ja. Ein Leoparden-Look. Stellen Sie sich mal wirklich vor. Ich liebe ja Sophia Loren wirklich und Elizabeth Taylor. Dazu noch ein schicker Hut zum Beispiel, ne. Sehe ich Sie schon beim Pferderennen unterwegs sein. Also es ist wirklich ein unglaublich schönes Teil. Ja, in einer ganz, ganz tollen Qualität. Und ich muss dazu sagen, es ist auch einfach zu kombinieren. Ja, schauen Sie mal. Ich habe hier eine schwarze Hose zum Beispiel dazu an von Urban Diva. Auch dazu funktioniert es toll. Und ich kann Ihnen sagen, es ist der kleinste Preis. Kleiner wird er nicht. Niemals. Und wenn Sie jetzt nicht bestellen, dann wird dieses Shirt an eine andere Dame gehen, die sich sehr, sehr darüber freuen wird. Und das möchte ich nicht. Ich will, dass es an Sie, an Sie dort zu Hause geht, dass Sie damit schön aussehen und dass Sie sich so wunderbar wohlfühlen in der Mode von Harald Glückler und von Pöse. Also, schon angerufen oder bestellt? Nein, dann wird es Zeit. Segeln Sie mit mir hinaus in eine ganz, ganz wunderschöne Welt der Mode. Nämlich mit unserem Rock Saint-Tropez. Und wie sehr ich Saint-Tropez liebe, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich bin sehr, sehr oft da und ich weiß, dass diese Mode ganz genau dorthin gehört. Und Sie gehören dort auch hin. Sie gehören auch nach Saint-Tropez und Sie können es sich leisten. Mit 18 Euro kommen Sie in diese wunderschöne Hafenstadt. Und genau da treffe ich jetzt nämlich meine wunderbare Anki auf dem Laufsteg. Sie trägt unseren Rock Saint-Tropez. Schauen wir uns ihn mal genauer an. Was haben wir hier? Wir haben hier dieses wunderbare Schmuckprint. Wirklich wieder sehr ausgefeilt, auch angebracht. Dass wir eben eine ganz tolle Figur haben. Es verschlankt hier oben wieder. Und dann, wow, dann kommt der ganze Druck. Das Maritime. Da ist natürlich die Hafengeschichte. Können Sie sich noch an die alten Filme von Louis de Feunet erinnern? Alle spielen in Saint-Tropez im Hafen. Es ist wirklich eine ganz wunderschöne Szenerie. Brigitte Bardot hängt in Saint-Tropez überall in den Straßen. Und das spiegelt sich natürlich in diesem Rock wieder. Ja, wir haben ein maritimes Design mit diesem goldenen Anker. Es ist ein sehr schmaler Schnitt. Aber schauen Sie bitte, wir haben trotzdem eine ganz, ganz elastische Qualität. Sie können sich darin perfekt bewegen. Hier hängt überhaupt nichts ein. Und die große Freiheit, die ist nicht nur im Sitz. Liebe Damen dort zu Hause, bitte jetzt seien Sie schnell. Ich weiß, Sie wollen auch hinaussegeln mit diesem wunderschönen Rock. Und so ein bisschen Luft schnuppern von unserem Savoir-Vivre. Das uns natürlich hier mit diesem Rock nach Frankreich führt. Und das geht. Das ist überhaupt kein Problem. 18 Euro. Wir haben 18 kleine Euro. Ja, die sieht man nicht. Die wissen nur Sie. Die wissen nur ich. Wir erzählen, dass Sie überhaupt keimen. Sie sehen aus wirklich wie ganz, ganz groß in Mode. Und das Tolle ist, Sie müssen nichts anderes machen, als jetzt anzurufen. Jetzt bitte in die Leitung 0800 2133321. Dann geht der Rock Saint-Tropez mit diesem wunderschönen maritimen Design direkt zu Ihnen nach Hause. Wenn Sie aber sagen, ach was, nee, ich rufe nicht an, ich bestelle direkt online, da kann ich mir gleich auch noch meine Größe sichern und weiß, was ich habe, dann klicken Sie bei channel21.de und bestellen dort. Die Artikelnummer haben wir hier nochmal, das ist die 3619787. Also direkt notieren und für 18 Euro in die Welt natürlich der Mode nach Frankreich hin entfliehen und wohlfühlen und mit immer etwas Harald Glöckler im Rückenwind. Und das ist doch das Tolle. Der macht diese Frauen aus uns, die wir sein wollen und zwar für 18 Euro bei mir, bei Shoppingstars, werden Sie der Star hier jetzt. Ein funkelndes Feuerwerk, nicht nur an Gefühlen, sondern auch an Preissturz gibt es hier und vor allem ganz viele Glücksgefühle, wenn Sie jetzt erfahren, wie teuer unser Rock Selena ist. 20 Euro darf ich Ihnen hier anbieten für dieses wunderschöne Teil. Wir haben ihn auch in schwarz und bitte schauen Sie sich diesen Regen an. Ich finde, das ist ein, ein, wirklich ein Feuerwerk an Strassstein, wie das hier runter rieselt. Und wir schauen uns das bei meiner Julia an, weil es ist einfach ein Rock, den müssen Sie angezogen sehen, den müssen Sie bewegt sehen. Dann kommt nämlich dieses Funkeln erst zur Geltung. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein Rock im Stil von Hervé Léger. Ich habe von Hervé Léger einen Tag vor meiner richtigen Hochzeit auf Ibiza ein Kleid getragen. Das hat 1.800 Euro gekostet und das war ein Stretchkleid, genauso wie wir es hier auch haben. Das ist nämlich wunderbar mit Elastan und da waren auch überall diese Glitzersteine drauf. Ja, aber nicht 1.800, 20 Euro bezahlen Sie heute bei mir beim Outlet, ja, für einen Rock, der und über und über wirklich, es ist so wunderschön, als wenn das so leise runter regelt. Kennen Sie so diese Goldregen manchmal, die, wenn, ja, wenn es in Filmen einfach zum Highlight kommt, dann sprudelt da auf jeden Fall alles über an Feuerwerk, an diesem Glitzerregen. Und das haben wir hier auch bei unserem Rockselena. Es ist einfach ein wunderschöner Strassbesatz und auch hier wieder mit Hotfix verfahren. Wir haben hier wieder einen Viskoseanteil. Sie schwitzen wenig, es ist hautfreundlich, er trägt sich wunderschön und er ist ein wahres Kombinationstalent. Sie können das natürlich mit einer Bluse, mit einem tollen Blazer zusammen anziehen. Wir haben auch ganz tolle Blazer von Pompös übrigens. Also klicken Sie da bei Shopping Stars auch ruhig mal durch in dem ganzen Sortiment. Da haben Sie ja unter Shopping Stars alle Artikel aufgelistet. Gucken Sie, was Sie alles finden. Packen Sie das in Ihren Warenkorb. Sie bezahlen nur einmal am Tag die Versandkosten. Und deswegen ruhig auch nicht lange überlegen, nicht lange sammeln. Wenn Sie sagen, das ist jetzt genau mein Teil, das will ich haben, dann packen Sie das jetzt direkt in Ihren Warenkorb oder rufen Sie an. Weil wenn Sie warten, wenn Sie sammeln, wenn Sie erst später anrufen, es kann sein, dass es weg ist. Es wird hier ganz, ganz schnell gehen. Egrü und Schwarz bei dem Rock haben wir. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben hier die kleinsten Preise. Wir haben die kleinsten Preise. Wir haben ein Harald Glöckler Design. Ja, was mich erinnert an Herve Leger, an einen der größten französischen Designer, an wunderschöne Abendmode. Und das können Sie für 20 Euro tragen. Also einfach nur schnell nach Ihrer Größe gucken oder anrufen unter der 0800 21 33321 und sagen, ich will den Rock Selena in weiß oder in schwarz. Ja, überlegen Sie. Und, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Nein, habe ich nicht, oder? Ich bin wahnsinnig glücklich über diese faszinierenden kleinen Preise, die ich Ihnen eben bieten durfte. Ich hoffe, Ihr Warenkorb, der quillt über. Sie haben einmalige Versandkosten, nur einmal 5,95 Euro und bekommen alle diese wunderschönen Teile nach Hause. Ich hoffe, Sie haben sich schön gespart mit mir und werden auch ein Shoppingstar.